ein neuer tag ein neuer booster folge 1018 herzlich willkommen übrigens auch der vorletzte booster aus diesem display einen haben wir dann noch so es geht heute los mit dem schwarzrost wolf dann winziger mond des rooms der foulschleim kaninchen vom purpurmond ein licht zauberstein der klingen tanz fluch von magok zyklon neuer superheld aus ewigo eine rare karte nice die haben wir in der letzten folge schon mal geöffnet also gezogen wenig als non holo zuki hime mecha mond prinzessin marvel rare und jetzt haben wir sie auch noch mal in holo sehr nice das auch ein mega schönes artwork hier gefällt mir wirklich sehr sehr gut und die letzte karte dann nochmal 1000 lebenspunkte im querformat ja bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns und